So war das Inklusionskonzert mit The Boss Hoss auf der Donauinsel. Herzlich willkommen. Coole Sache. Wir wurden gefragt, ob wir den Boss drauf haben und haben wir natürlich. Also Leute, für euch ein paar Songs. Edi, Sie haben sich jetzt das Konzert von The Boss Hoss angehört. Wie hat es Ihnen gefallen? Mir hat es sehr gut gefallen, ja. Welches Lied fanden Sie am besten? Ich fand eigentlich alle total super. Wie haben Sie es gefunden, dass The Boss Hoss Jolien in Orwin umgewandelt hat? Das war, das fand ich total originell. Das ja. Großartig. Wir lieben euch, Leute. Der Rest vom Schützenfest, vom Boss Hoss war wirklich klasse. Für die Barrierefreiheit am Donauinselfest ist gesorgt. Das Team von Full Access ist für die BesucherInnen mit Behinderungen auf der Donauinsel da. Ein kostenloses Shuttle-Service von Hallermobil bringt BesucherInnen mit Behinderungen zu den Konzerten. Wir wünschen euch viel Spaß am Donauinselfest. Das Team von Hallermobil bringt BesucherInnen mit Behinderungen. Das Team von Hallermobil bringt BesucherInnen. Bis zum nächsten Mal.